ja hier haben wir david berkowski den debütanten aus dem heutigen spiel erstes landesligaspiel aus der heimischen a jugend wie war das gefühl war was gutes ich habe mich durch training reingekämpft in die mannschaft und jetzt habe ich endlich meinen einsatz bekommen super also tolle 20 minuten noch abgeliefert und wie ist der sprung so von der jugend in die landesliga rein ja es körperlich was ganz anderes die schnelligkeit ist auch sehr viel größer und ja man braucht die erfahrung eigentlich die langsam kommen muss und bestehen zu können ja aber super letztendlich auch eine auszeichnung für deine konstante leistung die du auch sicherlich im training bringst von daher alles gute und irgendwann demnächst mal von anfang an vielleicht hoffen wir doch so